Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Rokorti mit mir, dem Chris, diesmal auch alleine. Und zwar spielen wir heute nach ewiger Zeit mal wieder eine Runde Rocket League, wenn das hier mal losgehen würde. Ja, was es jetzt auch tut. Ich bin der absolute Kackspasser in dem Spiel, aber das ist ja eigentlich relativ egal. Ich habe das schon ewig nicht mehr gespielt und vor allem nicht mit Controller. Deswegen wird das jetzt wahrscheinlich der größte Fail ever, aber naja, aber vielleicht auch nicht. Ich habe eine Runde zum Einspielen gespielt, habe sogar das Leak-Tor gemacht und da steht schon 1-0. Von Schweinsteiger natürlich. Wer auch sonst, Alter. Ey, das ist der echte Save. Das ist der echte. Das wäre es, Alter. Ja, läuft doch schon mal gut am Anfang hier. Oh, schade. Also mein Ziel ist es, wenigstens ein Tor zu machen in dem Spiel hier. Dass ihr wenigstens ein bisschen was zu sehen habt. Ich hoffe, das wird mir gelingen. Wenn nicht, denn ist auch nicht schlimm. Oh, das sieht gut aus. Oh, shit, da bin ich zu viel gesprungen. Aber das sieht trotzdem gut aus. Schade. Da hat der Torwart gehalten. Oh, Mann, ey. Ich bin so ein Kackspast in dem Spiel. Oh, guter Schuss. Geht er rein? Geht er rein? Nein, geht er nicht. Hätte klappen können. Schweini macht das schon. Beide weggekickt. Oh, wenn der jetzt reingeht. Schade. Schade. Oh, jetzt wird es aber gefährlich da vorne. Oh, Alter. Haben wir Luck, ey. Haben wir Luck. So, erstmal weg mit dem Ball. Weg damit. Das ist übrigens ein ganz normales 3 vs. 3. Nichts Besonderes. Ranked spiele ich auf keinen Fall in dem Spiel. Viel zu schlecht, ey. Ihr seht's, ja. Oh, meine Wurst geblockt, Alter. Sonst wäre ich da durch gewesen. Holy shit, ey. Was soll denn der Kacke? Ja, vielleicht jetzt. Der Balls springt zu dolle. Ey, ich hab noch keine gute... Ich hab noch keine einzige gute Aktion ge... Oh, Mann, ey. Das war eine Hereingabe. Okay. Und es wird sogar ein Tor. Läuft von mir. What the fuck? Ich hab den Ball ewig nicht mehr berührt, aber egal. Der kullert irgendwie ins Tor. Ja, okay. Eigentor. Nice. Ziel erreicht in diesem Part. Läuft. So, jetzt direkt noch ein Tor. Loll, das wär's jetzt gewesen, Alter. Also, im Moment sieht's noch gut aus. 2.05 war. Oh, da wird dich wieder von hinten weggenommen, ey. Ärgerlich. Oh, Leute, ey. Was ist das denn? Ja, solange wir das hier nicht verlieren... Okay, ne, war mal... Ja, okay, 2.1. Wir wollten ja auch mal ne Chance lassen, ne? So ist das ja nicht. Ich hoffe, das ist Gamer-freie Musik im Hintergrund. Sonst hab ich ein Problem. Ach, Leute. Der eine von uns ist irgendwie so ein bisschen auf K, hab ich das Gefühl. So, weg mit nem Ball hier. Oh, das sieht gut aus. Oh, Mann, wieso treffe ich den denn nicht, Alter? Der wäre locker ins Tor gegangen. Mann, 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 ey. Oh, Mann, ey. Diese Ballkamera ist auch ein bisschen Bullshit, ey, muss ich sagen. Irgendwie kann man die auch ausstellen. Ich hab aber jetzt keine Ahnung, wie. Oh, perfekt, was Tor gespielt. Alter, was soll ich denn da noch machen, Alter? Das war ne Vorlage, sozusagen, von unserem Spieler für den anderen, Alter. Oh, Leute, ey. Und so verschiebt man eine Führung. Jetzt ist es schon wieder spannender. Oh, Mann, Leute, ey. Oh, wer geht da rein? Nein, geht da nicht. Schade, hätte sein können, dass ich das schaffe mit nem Fallrückzieher. Oh, das wäre explodiert. Ich wette, ich mach trotzdem noch ein Tor. Safe. Safe call. Oh, geht der rein? Nein. Nein. Oh, Leute, Alter, der hätte drin sein müssen, Mann. Was für ein Live, Alter, was für ein Live. Oh, jetzt die nächste Chance, eventuell. Nein. Die kleine raus. Das ist nicht so gut. Oh, nein. Oh, nice. Good job. Oh, schade. Ich dachte, der rollt aufs Tor. Wir dürfen jetzt keinen mehr reinlassen, ey. Das wäre jetzt richtig ärgerlich, kurz vor Schluss. Oh, Leute, klärt den da raus. Das sieht gut aus. Nochmal ein Angriff von uns in den letzten paar Sekunden. Vielleicht ist doch noch das Tor. Ja, Mann. Schweini macht das Ding, Alter. Schweini. Läuft, Schweinsteiger, Alter. Bist zwar schon in Rente. Ah, nee, ist ja gar nicht in Rente. Er ist nur aus der Nationalmannschaft. Läuft. Die FC Kunden müssen wir jetzt noch über die Uhr bringen. Dann sieht das Ganze doch schon mal gut aus. Schweinsteiger carried das hier. Läuft. Nice. Okay, da war es immer noch nicht auf dem Boden. Aber jetzt. Nice, Leute. Keine Ahnung, wie wir das gewonnen haben. Aber, naja. Ich würde sagen, das war es mit der Folge. Wir sehen uns das nächste Mal. Oh, nice. Cupcake. Bis denn. Da näher. Bye.